Data Science, der Wunsch nach künstlicher Intelligenz, der zieht sich durch die Informatiker durch wie kaum sonst was. Immerhin, ganz ehrlich, warum ich Informatiker geworden bin, einer der Hauptgründe ist wahrscheinlich, dass ich Dinge automatisieren möchte. Ich möchte keine langweilige, stumpfe Arbeit permanent dasselbe machen. Ja, auch ein Grund übrigens, warum ich YouTuber geworden bin. Aber die große Frage ist ja, was braucht man eigentlich alles dafür? Was muss ich eigentlich alles können, um wirklich Data Science zu machen? Ich meine, Automatisierung ist das eine, ja, dafür muss man skripten. Aber für Data Science, für künstliche Intelligenz, für Machine Learning, da steckt sehr, sehr viel mehr dahinter. Und heute möchte ich euch so eine kleine Roadmap geben, was eigentlich alles auf euch zukommt, wenn ihr euch auf diesen Weg einlasst. Und bitte beachtet, dass das nur eine Momentaufnahme ist. Das Ganze kann sich über Jahre hinweg komplett verändern. Immerhin kannten wir vor ein paar Jahren kaum neuronale Netze. Es ging, aber es war kaum machbar, weil die Rechner nicht stark genug waren. Da sind wir schon auch gleich beim ersten Thema. Viele Leute wollen direkt mit neuronalen Netzen anfangen. Und das ist absoluter Quatsch. Wenn ihr neuronale Netze schreiben wollt, müsst ihr erstmal verstehen, wie die Dinger funktionieren. Müsst ihr verstehen, was Daten sind, was eine KI eigentlich ausmacht. Und ihr müsst programmieren können. Und das würde ich euch als allererstes empfehlen. Ich würde euch empfehlen, macht zuallererst einen Programmierkurs. Zum Beispiel einen von mir. Und hier gibt es eigentlich so ein paar Sachen, die sehr, sehr wertvoll sind. Und zu denen es momentan kaum eine Alternative gibt. Ich habe drei Programmiersprachen. Das ist einmal Python, R oder Julia. Es gibt noch ein paar andere, die in diese Richtung gehen. Aber ganz ehrlich, R oder Julia ist nicht so geil wie Python, weil ihr mit Python noch sehr viel mehr machen könnt. Das heißt, wenn ihr programmieren lernt, dann lernt einfach gleich direkt Python. Mit Python macht man standardmäßig eigentlich immer Machine Learning auf jeden Fall auch mit. Und man kann damit aber auch noch andere Sachen machen. Man kann Skripten automatisieren, Serveradministration, Ethical Hacking und so weiter und so fort. Man kann damit quasi alles machen. Deswegen empfehle ich meistens eigentlich eher Python. Er und Julia, das sind auch zwei Sprachen, sind eigentlich wirklich hauptsächlich für Data Science Machine Learning gedacht. Als zweites braucht ihr aber wahrscheinlich auch noch irgendwas für die Daten. Und auch hier müsst ihr ein bisschen programmieren lernen. Vielleicht habt ihr schon mal von SQL gehört. Das ist eine Sprache, mit der ihr auf Datenbanken zugreifen könnt. Ihr könnt dann sagen, ich möchte gerne alles auswählen aus einer Tabelle, wo die Daten drin verwaltet werden. Aber nur unter diesen Bedingungen. Und ich möchte das mit der anderen Tabelle vermischen und so weiter und so fort. Die Anfragen können hier wirklich mehrere Zeilen lang werden und sehr, sehr komplex werden. Aber SQL ist super wichtig, wenn ihr in Richtung Data Science gehen wollt. Denn Data Science hat viel mit Data zu tun. Und Machine Learning ist ein Teilgebiet von Data Science. Also, ja, ist wichtig. So, was muss man aber jetzt genau lernen? Muss ich wirklich alles lernen, was es irgendwie beim Programmieren gibt? Ich meine, ich habe hier einen Kurs zum Beispiel zu Programmieren lernen, der über 100 Videos umfasst. Muss ich das wirklich alles können? Die Antwort ist ganz klar, nein. Ihr müsst nicht alles können, was Programmierung angeht. Sondern im besten Fall solltet ihr können, zumindest mal die Grundlagen der Programmierung, also sowas wie if, for, else, while. Ein bisschen List Comprehensions, ein bisschen Dict Comprehensions. Vielleicht einige zusätzliche Strukturen. Hilfestellungen, sowas wie Lambda-Funktionen oder auch ein Yield kann mal ganz nützlich sein. Aber schon beim Object-Oriented Programming, also beim objektorientierten Programmieren, muss man nicht mehr alles machen. Vererbung ist was, was ihr ein bisschen vielleicht noch braucht, aber wirklich eher selten und nur in den Grundzügen. Und je weiter ihr quasi hochkommt, desto seltener braucht ihr die Sachen. Dafür müsst ihr wiederum sehr, sehr gut mit den Libraries vertraut sein, die ihr dann später benutzt. Also eben zum Beispiel NumPy, Pandas. Das sind alles solche Libraries und da muss man sich wirklich reinfuchsen. Und das dauert wirklich eine Weile. Weil diese Libraries, die sind nicht wie jede andere Programmiersprache. Wenn ihr zum Beispiel schon Java könnt, könnt ihr schnell Python lernen in den Grundzügen. Wenn ihr allerdings NumPy oder Pandas euch anguckt, dann ist das wieder ein bisschen was anderes. Und deswegen, da muss man sich dann ein bisschen reinarbeiten. So, das ist aber der Programmierenteil. Das ist nur ein kleines Gebiet von Data Science. Und es geht noch sehr, sehr viel weiter. Zum Beispiel das nächste, Daten. Man muss mit Daten arbeiten und das sagt auch schon der Name Data Science. Ich habe das jetzt ein bisschen angerissen. SQL Scripting. Das ist ein Punkt davon, den ihr beim Programmieren dabei hattet. Aber ihr müsst auch im Code drinnen lernen, mit diesen Daten umzugehen. Ihr müsst lernen, wie ihr diese Daten aus Webseiten extrahieren könnt. Erstmal an die Daten überhaupt rankommen könnt. Das ist halt ein großer Punkt. Und hier gibt es verschiedenste Varianten. Ihr könnt Daten von Webseiten bekommen. Ihr könnt Daten von Benutzern sammeln. Ihr könnt Daten aber auch von einer externen Quelle einfach als Datum bekommen. Da müsst ihr euch ein bisschen reinfuchsen. Ihr müsst dann im Zweifelsfall auch natürlich mit den Datenbanken oder mit der Struktur, die dahinter steht, arbeiten können. Wichtige Bibliotheken, das sind die beiden, die ich gerade schon angesprochen habe, NumPy und Pandas. Dazu habe ich noch keine Tutorial rein, aber ich bin dran. Die stehen sehr, sehr weit oben auf meiner To-Do-Liste. Und ihr könnt eigentlich so im nächsten Monat, spätestens im übernächsten Monat damit rechnen, dass ich was habe. Das heißt nicht, dass sie direkt rauskommen. Aber ja, auf jeden Fall bin ich dran, okay. Aber wir brauchen dann natürlich auch noch solche Tools, die zum Beispiel unsere Daten so zusammenstückeln, wie wir das eigentlich haben wollen. Und die Infrastruktur hinten dran muss auch ein kleines bisschen verwaltet werden. Und hier kommen wir zum nächsten großen Punkt. Also wir haben jetzt Programmierung, wir haben mit Daten arbeiten, Daten bekommen, Daten extrahieren von Webseiten, Daten verwalten. Aber wie speichert man die Dinger denn? Und das ist klassischerweise eine Datenbank. Mittlerweile geht es aber immer mehr in High-Performance-Computing rein. Das heißt, diese Datenverwaltung, die wird immer größer und kräftiger auch. Ähm, die werden immer mehr Daten, logischerweise. Denn je mehr Daten ihr habt, desto besser ist eure KI am Ende. Ihr müsst bedenken, eine KI ist nicht ein klassisches Skript, ein klassischer Programmcode, den ihr einfach nur ausführt. Und dann tut ihr das, was ihr wollt. Sondern es ist ein Baby sozusagen. Und ihr füttert diesen Baby Informationen. Und dann lernt das Baby. So, und wenn ihr natürlich jetzt mit so einem Baby arbeiten wollt, dann müsst ihr auch ein kleines bisschen dafür sorgen, dass dieses Baby halt die richtigen Daten hat. Und dementsprechend viele Daten braucht ihr. Ja, ich rede viel über Daten in diesem Video. Und ihr könnt gerne ein Trinkspiel machen mit wie viel mal Daten, sage ich, jedes Mal nehmt ihr einen Shot. Dann werdet ihr das Video nicht überleben. Das sage ich euch gleich. Aber, der Punkt hinten dran ist, Daten in Data Science ist schon sinnvoll, dass das wichtig ist, ne. So, das bedeutet, der nächste große Punkt ist, ihr müsst die Daten irgendwie verwalten. Also, was macht ihr? Ihr werdet mit Datenbanken arbeiten in speziellen Umgebungen. Diese speziellen Umgebungen wollen von euch administriert werden. Das heißt, ein bisschen Server-Administration ist dabei. Aber auch spezielle Libraries, spezielle Umgebungen, sowas wie Spark. Wobei ich auch schon zu Spark eine Tutorial-Reihe tatsächlich habe. Die ist allerdings erst für meine Patreons verfügbar. Ihr könnt gerne mal unten in der Beschreibung vorbeigucken. Auf Patreon gibt es diese Reihe tatsächlich schon. Aber es gibt auch noch andere Sachen, sowas wie Airflow oder Kafka. Da habt ihr wahnsinnig viel Auswahl. Und es ist quasi Geschmackssache, was man benutzen möchte. Die sind alle gut. Ihr braucht aber auch Algorithmen, die auf gigantischen Datenmengen funktionieren. Und hier gehen wir ein bisschen weg von den klassischen Algorithmen, die man vielleicht kennt. So Sortier-Algorithmen, die ihr übrigens auch können solltet. Aber hin zu sowas wie MapReduce oder zu Yarn oder sowas. Das sind dann größere Sachen, mächtigere Sachen. Und ihr müsst natürlich trotzdem auch, wo wir gerade bei diesen Umgebungen sind, die sind meistens in der Cloud. Das heißt, ihr habt irgendwie Cloud-Computing auch noch dabei. Ihr müsst ein bisschen was über zum Beispiel AWS oder die Google Cloud oder Microsoft Azure oder was auch immer ihr benutzen wollt, ein bisschen was lernen. Und damit ihr das dann dort sozusagen auch verwenden könnt. Also der Punkt hintendran ist folgender. Nehmen wir an, ihr habt ein enorm großes neuronales Netz. Und es passt einfach nicht mehr in den Grafikkartenspeicher eurer Grafikkarte. Ist mir schon mehr als genug passiert, okay? Und wenn ihr dieses neuronale Netz trotzdem trainieren wollt, weil ihr sicher seid, diese Architektur, die ist gut, dann braucht ihr entweder eine größere Grafikkarte oder ihr geht in die Cloud und mietet euch dort einfach ein System mit acht Grafikkarten, die extra viel Speicher haben. Da passt das dann meistens drauf. Teilweise, gerade wenn man so Data-Verwaltung macht sozusagen, dann geht das schon in Richtung, wir mieten uns einen Cluster-Server sozusagen. Das heißt, ihr mietet euch nicht einen Server, sondern eben mehrere Server. Und die Tools, zum Beispiel Spark ist eins dieser Tools, die können dann auf mehrere Server gleichzeitig die Last verteilen. Das heißt, ihr habt hintendran mehrere Server stehen, die auf eurem neuronalen Netz oder was auch immer ihr da gerade, also Kafka ist nicht unbedingt, oder Apache Spark ist nicht unbedingt für neuronale Netze gedacht, aber gerade sowas wie Data-Science-Datenverwaltung oder einzelne Berechnungen auf den Daten machen, das läuft dann nicht auf einem Server, sondern gleich auf mehreren. Das heißt, ihr könnt das beliebig fast hoch skalieren und das macht es dann natürlich super mächtig und ihr habt keine Limitierung mehr in der Größe. Gerade im Unternehmen ist sowas wahnsinnig wichtig. So, also Cloud-Computing, Server-Verwaltung, auch ein großes Thema und natürlich die jeweiligen Tools dahinter. Gut, jetzt nehmen wir an, ihr habt eure Daten. Was macht ihr dann damit? Nun, der Punkt ist, ihr müsst diese Daten natürlich dann noch irgendwie analysieren können und dazu, ich sage es ungerne, braucht ihr Mathe und zwar vor allem Statistik. Ihr müsst quasi so Statistiken erstellen. Ihr müsst sagen, okay, zum Beispiel die Todesrate bei Covid zum Beispiel gerade haben wir ungefähr so in diesem Zeitraum. Je nachdem, wie all die Leute sind, sterben sie vielleicht häufiger oder weniger häufig. Das hört man momentan wahnsinnig häufig in den Medien. Das ist tatsächlich Data Science, was dahinter steckt. Man sammelt die Daten über die verstorbenen Patienten, die an Covid erkrankt sind und dann mappt man die sozusagen in einem kleinen Histogramm. Also das heißt, man zählt quasi die Fälle und am Ende hat man so eine Kurve. Ja, das kann man statistisch dann auch schön formulieren und daraus kann man dann weitere Schlussfolgerungen ziehen. Zum Beispiel eben, wer sollte als erstes geimpft werden und so weiter und so fort. Das sind alles wichtige Aspekte im Data Science Bereich. Und natürlich müsst ihr da hauptsächlich sowas wie Statistik können, aber ein bisschen lineare Algebra, je nachdem welcher Algorithmus da hinten dran steckt, ein bisschen höhere Mathematik braucht man da leider auch. So, aber der Punkt ist ja, wenn ihr diese statistischen Formeln alle erstellt habt, was macht ihr damit, ja? So statistische Formeln sind wahrscheinlich eher uninteressant. Die muss man irgendwie noch vermarkten sozusagen und hier gehen wir schon vom Data Science ein bisschen in Richtung Wirtschaft und wir sind immer noch nicht beim Machine Learning angekommen, falls ihr es gemerkt habt. Aber es ist trotzdem für viele Data Scientists momentan sehr, sehr interessant, dass man diese Daten auch ansprechend visualisiert, dass man zeigt, was genau man hat. Und der beste Talk, den ich hierzu empfehlen kann, ist der Spiegel Mining Talk von einem vom CCC. Ich verlinke euch den wie immer unten in der Beschreibung. Ich habe den schon so oft verlinkt. Ja, das ist quasi der Talk schlechthin, der euch zeigt, warum Datenvisualisierung und Storytelling mit Daten so unglaublich wichtig ist und so viel auch bringen kann. Denn die Daten alleine, die bringen eigentlich meistens nichts. Aber wenn man die Daten richtig interpretiert und richtig auch veranschaulicht, dann können die Leute was damit anfangen. Das heißt, hier gibt es quasi ein komplett neues Spezialgebiet, Storytelling mit Daten. Daten Visualisierung, Daten irgendwie in interessante Zusammenhänge auch bringen. Und deswegen ist das auch gar nicht so unwichtig. So. Und jetzt wahrscheinlich der Teilbereich, der die meisten hier interessiert, Künstliche Intelligenz, Machine Learning. Das ist wie gesagt nur der letzte kleine Bauklotz in eurem ganzen Schaubild sozusagen. Klar, natürlich, man braucht nicht unbedingt das Storytelling, um eine KI zu schreiben. Man braucht auch nicht unbedingt die Mathematik hintendran, um jetzt Machine Learning zu machen. Das sind quasi Teilbereiche, ja. Machine Learning kann aber auch einfach nur eine Statistik sein. Ist auch Machine Learning sozusagen, wenn man dieses Modell zum Beispiel da drauf trainiert. Beim Machine Learning selber, da habt ihr dann solche wundervollen, ah, übrigens die Libraries, wo wir gerade noch dabei sind für Data Visualisierung, sowas wie Matplotlib, sowas wie Plotly, Seaborn und das sind alles wichtige Bibliotheken dabei. Jetzt zum Machine Learning. Was braucht ihr dann? Da gibt es sowas wie PyTorch, da gibt es aber auch sowas wie Scikit-Learn oder es gibt eben auch TensorFlow, das sind alles so die wichtigsten Bibliotheken. Es gibt aber auch Algorithmen, die an sich kein neuronales Netz machen, das waren gerade die, die ich genannt habe, sondern es gibt eben auch sowas wie einfach nur Statistiken daraus erstellen mit eben einem Machine Learning Modell im Hintergrund. Sowas wie EM-Algorithmen oder K-Nearest Neighbors oder Decision Trees. Habe ich alle in der Theorie vorgestellt, in der jeweiligen Playlist, beziehungsweise in einer großen Playlist. Ich verlinke euch die gerne auch in der Endkarte. Und wenn ihr das dann gemacht habt und da drauf dann die neuronalen Netze baut, dann habt ihr ein komplettes Riesenbild an Data Science, was ihr alles gelernt habt. Und ja, das sind viele Bereiche, aber jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt. Kann man das denn wirklich alles lernen? Wo kann man das vor allem alles lernen? Und hier auf meinem Kanal könnt ihr tatsächlich das meiste davon schon machen. Das heißt, wir haben hier natürlich Python-Programmierung, wir haben SQL-Programmierung. Da haben wir schon wahnsinnig viel gemacht. Zu den Datensachen, wie gesagt, Pandas und NumPy kommt bald. Wie man mit Datenbanken umgeht, habe ich auch schon gezeigt. Wie man aber sowas wie Plotten oder Storytelling mit Daten macht, das habe ich leider noch nicht gemacht. Das tut mir leid, das kommt wahrscheinlich bald noch. Wie man mit großen Datenverwaltungszentren umgeht, sowas wie Apache, Spark oder eben Kafka oder Airflow oder was auch immer. Cloud Computing steht alles auf meiner To-Do-Liste und Spark habe ich ja schon fertig für die Patreons schon freigegeben. Ihr kriegt es bald. Und ja, Mathe habe ich auch schon gemacht. Also quasi die Machine Learning Algorithmen in der Theorie könnt ihr auch bei mir finden. Und dann gibt es natürlich noch diese neuronalen Netze-Bibliotheken. Zu PyTorch habe ich schon was gemacht. TensorFlow ist auch schon für die Patreons freigegeben. Und natürlich kommt das dann auch bald hier auf YouTube. Das heißt, ihr seht, man hat eigentlich schon ein ziemlich solides Grundgerüst, wenn man sich die entsprechenden Kurse anguckt. Und ja, wenn ihr jetzt weitermachen wollt, findet ihr unten in der Beschreibung zumindest die richtige Sparte verlinkt. Und ansonsten guckt einfach mal in meinem Kanal auf meinen Playlists nach. Dort gibt es eigentlich eine Zusammenfassung von jeweils welchem Kurs ich da eigentlich gemacht habe. Und da könnt ihr sicher auch fündig werden. So, und falls ihr sagt, ey, Mensch, das ist genau mein Ding. Ich will in diesem Bereich auch wirklich arbeiten. Ich will wirklich was professionell damit tun. Dann schaut bei unserem heutigen Sponsor vorbei und zwar GetInIT. Ich habe ja schon häufiger was mit GetInIT gemacht. Und es freut mich, sie wieder hier begrüßen zu dürfen als Sponsor. Denn es ist einfach ein wahnsinniger Mehrwert für euch vor allem. Und zwar, ihr könnt euch dort registrieren und für euch kostet das überhaupt nichts und anschließend euer Profil ausfüllen. Das bedeutet, ihr könnt hier eintragen, was ihr für Skills habt. Hier sehen wir schon, wie viel wir eigentlich schon gemeinsam gemacht haben. Hier können wir zum Beispiel jetzt noch Pandas eintragen. Das ist, wie gesagt, eine wichtige Bibliothek im Bereich zu Python. und können hier dann eben unser Profil vollständig ausfüllen. Also, welche Sprachkenntnisse haben wir, was für Perspektiven, Studium, Lebenslauf, Ausbildung, Praxiserfahrung und so weiter und so fort. Könnt ihr hier alles eintragen. Und das Tolle ist, ihr müsst nichts weiter tun. Ihr müsst einfach nur euer Profil aktiv stellen. Also, nicht pausieren, so wie ich das gemacht habe. Und ihr könnt angeschrieben werden von einem Arbeitgeber. Von einem von sehr vielen Arbeitgebern, die genauso jemanden suchen, wie ihr einer oder eine seid. Und das ist das Coole dabei. Euch kostet das überhaupt nichts. Das dürfen die Arbeitgeber dann bezahlen. Und ihr könnt so relativ problemlos einen Job finden, beziehungsweise ein Vorstellungsgespräch finden. Von den Leuten, die sich hier wirklich registriert haben, über meinen Rev-Link unten in der Beschreibung, die haben tatsächlich auch schon zu 80% eine Anfrage bekommen, eine Job-Anfrage bekommen, sofern sie zumindest natürlich hier ihr Profil komplett ausgefüllt hatten. Und das freut mich wirklich sehr. Deswegen promote ich auch GetInIT so gerne. Und ja, in dem Sinne war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns hier beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.